hallo meine lieben freunde und willkommen zu einer neuen folge um sie zwei dem omnibus simulator ihr seht es geht qualitativ heute los wir fahren nämlich mit dem wunderbaren keksbus hier heute der linie 4 von gutenberg zu nach gutenberg ost zum s-bahnhof ich habe das ganze auf einer ganz lustigen seite gefunden ist schon ein bisschen länger her ich habe den bus aber zwischenzeitlich ich nenne das ding jetzt einfach mal bus ne deinstalliert weil es probleme gemacht hat deshalb ist neu installiert ich finde es lustig und ja wir lösen hier unseren lieben kollegen ab muss nur den fahrplan einmal auswählen und dann kann es auch schon losgehen wir lösen ab so ich finde das ganze sehr lustig das motor sound ich hupe mal dadurch dass ich jetzt ich glaube ich kann okay ich zieh mal die handbremse an löse nochmal okay wir machen den gang rein ich kann manuell schildern wir schauen mal gleich ob das funktioniert ich kann halt auch nur die sicht machen es geht doch schon los hier heute ja war eine ganz spontane sache dass ich das jetzt mache und dann geht es auch gleich los also es könnte eine sehr nervige folge werden ich sage jetzt schon mal eine lustige und nervige folge also ich habe mich schon kräftig beömmelt ich glaube für uns gilt keine straßenverkehrsregel wir fahren einfach mal wir sind ja kein normales gefährt ich glaube wir passen nicht ganz herum unser keks mobil nimmt alles mit also das wird eine richtig schulchige folge darauf könnt ihr euch verlassen ich habe mir so ein bisschen angepasst dass so oreo hier ist das kennt man immerhin ich muss mal eine passende man kann doch bestimmt irgendwas schildern oder ich glaube das ist ja so ein englisches fahrzeug hier ich glaube das ist ja so ein englisches fahrzeug hier gehen wir mal ein aux rein fahrersitz ja ja mach was so gut einsteigt leider keiner es ging es ging aber mal oder ich habe einfach nur eine falsche hofdatei die nicht funktioniert korrekt ja herrlich mal schauen ob ich es aus halte Okay, ist ein bisschen schwierig zu fahren. Okay, wir fahren jetzt 40, ich habe es immer noch nicht geschafft, ein richtiges Overlay zum Film zu nehmen. Wir fahren mal jetzt kurz wie wir wollen. Ist ja quasi nur eine kleine Testfahrt hier. Ich finde das so geil. Ich weiß nicht warum. Ich wollte unbedingt jetzt so eine kleine Aufnahme machen. Ich habe noch ganz viele lustigere Fahrzeuge gefunden. Da kommen jetzt so ein paar trashige Folgen. Ich nehme das jetzt so im Voraus auf, weil ich ganz wenig Zeit habe jetzt in nächster Zeit. Wir fahren einfach mal wie wir wollen. Ein Keks fährt Amok hier. Eine Kuchenpackung. Aber das Blinken hat auch mal funktioniert. Es hat auch mal geblinkt so ganz lustig. Ich glaube ich habe eine ältere Variante jetzt hier. Ich glaube ich passe hier nicht auf. Okay, wir fahren jetzt 40. 60. 60. Okay, jetzt habe ich den Willkommen. Bibi. So Leute, einmal einsteigen bitte. Kriege ich hier irgendwas Sinnvolles geschildert? Äh... Probieren wir mal das. Ne. Ach schade. Ach so. Ach so. Bitte hilf mir. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Okay. Wir fahren dann. Wir haben Sondervorfahrt. Ich zeige euch mal vor, ihr steht an der Straße und auf einmal kommt sowas hier vorbei. Das war's hier wahrscheinlich nur Roblox und Fortnite-Spieler. Was sind wir? Ja, denke mal. Wir biegen jetzt einmal hier rein. What the fuck, ey. Leute, das macht tierisch Spaß. Ich weiß nicht warum. Wir quälschen euch jetzt einfach mal in die alte Stelle. Ah, das gefällt mir irgendwie nicht, wie der... Ich glaube, ich muss ihn einmal wenden. Wir müssen einmal umdrehen hier. Wir fahren jetzt mal ganz bekloppt hier. Ich würde gerne wissen, was er verbraucht. Kann ich mit dem normal tanken fahren? Ich nehme die Decke mit. Und jetzt... So, jetzt... Biep, Biep. Biep, Biep macht er. So, dann hätten wir's. Das war's schon, Leute. Ich wollte euch das mal kurz zeigen. Danke, dass ihr für die sinnlose Zeit eingeschaltet habt. Äh, ich verschwende eure Zeit beim nächsten Mal nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.